Bei mir im Studio zu Gast ist jetzt Manfred Scholz. Hallo Manfred. Hallo Olli. Im Moment ist Deutschland ja so ein bisschen im Casting-Wahn und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Am letzten Samstag ging es ja schon hoch her, da war das Finale von DSDS und es war ja spannend wie nie. Mersad Marashi hat gewonnen und dabei hat man eigentlich geglaubt, Menowin gewinnt. Oder ist es dir anders gegangen? Nein, das ist mir eigentlich auch so gegangen. Vor allem, weil ja der Hype um Menowin schon vorher immer sehr hoch war. Und auch, weil am Samstagabend ja die Jury ihn fast einstimmig auch schon als Sieger gesehen hat. Dann hat es das Publikum anders entschieden und ihn nur auf Platz zwei gewählt. Eine große deutsche Tageszeitung hat ja die Abstimmungsergebnisse aller Staffeln veröffentlicht. Und demnach lag Menowin in allen Sendungen deutlich vor Mersad. Also ich kann mich an die vierte Motto-Show erinnern. Da hatte Mersad nur 14 Prozent. Und nur in der letzten Sendung hat es jetzt nicht geklappt. Kannst du dir das erklären? Nein, kann ich nicht wirklich. Aber an der musikalischen Qualität, glaube ich, sind die beiden kaum zu unterscheiden. Sie sind beide großartig interpretieren. Also die Songs, die sie auch jetzt am Samstag, jeder hat ja drei Songs gesungen, die sie dort dargeboten haben. Das war schon vom Allerfeinsten. Ich weiß nicht, ob vielleicht doch dann letztendlich auch Menowins Vergangenheit irgendwie eine Ausschlaggebung dafür war. Ich weiß es nicht. Ich fände es schade, weil er hat sich ja wirklich berappelt. Aber es ist vielleicht auch so von seinem Äußeren her und von seinem, wie er sich gibt, nicht unbedingt jedermanns Sache. Musikalisch absolute Nummer eins, finde ich. Die eben genannte große deutsche Tageszeitung hat ja in den letzten Tagen, in der letzten Woche eine Kampagne gegen Menowin gefahren. Sie hat öffentlich aufgerufen, für Mersad anzurufen und zu voten. Könnte das den Ausschlag gegeben haben? Glaubst du, dass so eine Tageszeitung so eine große Macht hat, dass sich die Zuschauer davon tatsächlich beeinflussen lassen? Ach, das könnte ich mir schon vorstellen. Weil auf der anderen Seite natürlich jeder behauptet ja, diese Zeitung niemals zu lesen. Aber alle wissen irgendwie, was drinsteht. Ich könnte mir das auch vorstellen, wo ich natürlich dann auch sage, ist das alles noch so fair? Ist das noch in Ordnung? Ich weiß nicht, da halte ich es doch eher mit Stefan Raab, der ja mit seinem Format, unser Star für Oslo, tatsächlich dieses ganze Casting mehr auf die musikalischen Qualitäten seiner Kandidaten den Fokus darauf gelenkt hat, als eben auch um das ganze Umfeld, was da so drumherum ist. Das finde ich dann irgendwie schon besser. Es wäre schade, wenn es so wäre, aber man kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Die Experten sind sich einig, dass Menowin auch große Chancen hat, trotzdem eine Karriere zu machen, obwohl er ja nur den zweiten gemacht hat. Hat Menowin vielleicht sogar die größeren Chancen, weil er mehr Ecken und Kanten hat? Weil Merzat ist ja von seinen gesanglichen Qualitäten abgesehen auch ein bisschen so der brave Langweilige, oder? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Wenn er einen Produzenten hat, also Menowin, wenn er einen Produzenten findet, der ihm Songs auf den Leib schreibt und auch so ein bisschen seine innere Einstellung mitverarbeitet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er ein breites Publikum erreicht und dass er durchaus erfolgreich ist. Er muss sich natürlich zusammenreißen, das hat er versprochen. Und ja, mal gucken, was da noch draus wird. Also ich gebe ihm also da eine große Chance, auch weiter im Musikbusiness eine Rolle zu spielen. Du hast Stefan Raab gerade eben schon angesprochen und den Eurovision Song Contest und darüber reden wir gleich weiter in ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017